Nein, man schafft es noch, die dämlichsten Idioten zu untermieden. Mache ich die Scheuze mal. Dann nehmen wir ihn nochmal in der Hoffnung, dass wir ihn jetzt mal hochziehen wieder. Ah, da haben wir dann doch mal Artis da rein. Dann nehmen wir ihn nochmal in der Hoffnung. Los geht's! Wirkungstreffer! Wir sind bewegungsunfähig! Hilfe! 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 Wirkungskräfer! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sehen wieder mehr. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wir haben sie nicht mal angegriffen. Fahrzeug zerrückt. Wir haben unseren Schaden rausgehauen. Passt. Mal schauen, was der Tika gleich gemacht hat. Das war's für heute. Das kann ich aber trotzdem machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe aber zwei gleich einschlägt in den VZ. Nachgeladen dürfte haben. Äh. Ah, wohl daneben geschossen. 2.192 Schaden und ein Sieg. Immerhin. Man ist ja auch für Kleinigkeiten dankbar. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da bekommt er. Waffenbrüder. Da bekommt er. Waffenbrüder. Als nächstes. Untertitelung. BR 2018